Liebe Leute, es freut mich sehr, dass ihr da seid. Wir machen wieder die Mahnwache vom Bayerischen Rundfunk, um dem Bayerischen Rundfunk daran zu erinnern, was er eigentlich nach Staatsvertrag für Verpflichtungen hätte. Ich erkläre die Versammlung hiermit für eröffnet. Ja, im Moment sind noch wenig Leute da. Ja, im Moment sind noch wenig Leute da. Wir werfen jetzt wieder den wöchentlichen Brief ein, den wir an die Intendantin gerichtet haben und an die Direkteure und Redakteurinnen, um sie zu einem Gespräch aufzufordern und an ihre Verpflichtung aus dem Rundfunkstaatsvertrag zu erinnern. Schauen wir mal, ob wir mal eine Antwort bekommen. Ja, im Moment. Ja, im Moment. Ja, im Moment. Ja. Ja, im Moment. Ja.